So, hallo liebe Leute und willkommen zu Landwirtschaftssimulator 22 und wir werden heute hier streiken. Wir nehmen diesen Gullifast und dieser Gullifast wird ab zum Regierungsgebäude gefahren. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Es werden Straßen abgesperrt, ihr kommt hier nicht mehr durch. Drei Autos sind bis jetzt gehalten. So, dieser Mann, wer ist das? Das ist nicht Schulz, wir suchen nach Schulz. Wo ist Schulz? So, lass uns nach ihm suchen. Bist du Schulz? Nein. Habeck, wo bist du? Wir werden deine Fähre absperren. Wo ist Schulz? Ist das das Regierungsgebäude? Anscheinend nicht. Wir fahren weiter, ihr habt Glück gehabt. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll hier. Meine Blondine da am Steuern, die hat die Schnauze voll. Mutter mit 18 Kindern, die kann die nicht mehr alle ernähren. So, jetzt gib mal... Ey, die haben mich abgesperrt oder was? Wollte den Spieß umdrehen oder was? Den Grillspieß, den Schaschlikspieß umdrehen oder was? Das gibt's nicht. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Wir streiken hier. Wir haben die Schnauze voll. Es wird gestreikt, Leute. Straßen werden zugemacht. Keiner kommt mir zur Arbeit. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Es wird gestreikt, Leute, bis zum Gehtnichtmehr in LS22. Wer will, kann gerne diesen Trend mitmachen. Es muss gestreikt werden, es muss was passieren. Wir haben die Schnauze voll. Und nun sind wir hier angekommen bei dem Ferienhaus von Marcel Scholz. So, es wird abgesperrt. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. So, wir haben die Schnauze voll. Was hat er hier? Seine Socken rausgehangen oder was? Das gucke ich mir mal an. Was ist das? Wer reitet da? Seine Frau oder wer? Wer reitet hier? Wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Es wird alles abgesperrt. Keiner kommt hier vorbei. Keiner. Wir haben die Schnauze voll. 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 Das ist unser Motto für Jahr 2024 und für 2025 vielleicht auch. So, Fußballfelder werden aber nicht abgesperrt. Die Kinder sollen mal ruhig spielen. So, die Fabrik, die wird stillgelegt. Komplett mit meinem Traktor. Ich stelle mich hier hin, es kommt keiner mehr durch. Wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. So, lieber Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, ciao.